Sechslinge? Rebek Kamir konntet schwanger Gerüchten im BH Kein bisschen schwanger! Moderatorin Rebek Kamir, 25, ist für ihren Traumbody bekannt. Regelmäßig setzt das Starlet seine Modellmaße in engen Kleidern zur Schau. Umso überraschender war ein rätselhafter Post des Models, der sie mit einer Wölbung zeigte. Fragezeichen? Äußerst sexy stellt jetzt klar, die Brünette bekommt kein Baby. Ja, ich bin schwanger. Es werden Sexlinge. Mit dieser Ansage versieht die TV-Schönheit ihr neuestes Instagram-Bild. Wer sich jetzt aber über süße Baby-Nibs gefreut hat, wird leider enttäuscht. In roter Spitzenunterwäsche präsentiert die 25-Jährige nicht etwa eine Kinderkugel, sondern ein steinhartes Six-Pack. Wird aus der Ex-Germany's Next-Top-Model-Kandidatin etwa die nächste Six-Pack-Mum? Selbst kann über die Spekulationen jedenfalls nur lachen. Auf die tückische Bildunterschrift folgen die Hashtags Raute-Gossip und Raute-Just-Kidding an den Baby-Gerüchten sei nichts dran. Nicht zum ersten Mal sorgt das Stuff-Girl mit einem Bauch für ordentlich Rauch. Bereits vor einem Jahr munkelte man, die TV-Moderatorin und ihr Liebster Massimo Sinato mit akut, 36, bekämen Familienzuwachs. Allerdings trug die Beauti nur ein Foot-Babby in ihrer goldenen Mitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017